Wir starten gemeinsam in eine neue Handelswoche, meine lieben Damen und Herren, denn es wird richtig interessant. Wir sehen bei Bitcoin bereits schon das ein oder andere psychologische Level fallen, wo wir aber auch schon am Wochenende davor gewarnt haben. Und wir haben das ein oder andere spannende Indiz, das wir gefunden haben in den News. Also unbedingt dranbleiben, lasst einen Daumen da, haut auf den Abo-Button, wir legen uns ab los. Wir starten mit dem aktuellen vielen Green Index. Wir liegen bei 53 Punkten, somit weiterhin in der neutralen Zone. Naja, diese News ist jetzt nicht hellseherisch gewesen. Dass Binons Marktanteil verliert, das war uns allen ja bewusst. Denn nach dem Rückzug aus den Staaten, weg von Kanada, England hatte man damals geschlossen, da wusste man ja schon, dass ja irgendwann auch Binons hier Marktanteile abgibt. Die Frage ist aber, ist es wirklich in diesem Niveau berücksichtigt worden oder gibt es da nicht andere Probleme? Es gibt sogar auch Insiders, die sagen, Binons hätte in stillschweigend 20% ihrer Belegschaft entlassen. Ob das natürlich stimmt oder nicht, kann man so nicht sagen, denn es ist ein Gerücht. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass da einige Stellen verloren gegangen sind. Ja, und jetzt ist natürlich auch hier wieder die Frage, die Kryptobranche ist ein relativ junges Tier. Und wenn da jemand bei einer Firma wie Binons gearbeitet hat, der wird wahrscheinlich jetzt seine Leads, sein Team oder seine Ansprechpartner in eine neue Börse übernehmen, sofern man da natürlich arbeitet. Fakt ist, dass unter anderem auch Coinbase hier wieder sehr, sehr stark zugelegt hat. Natürlich aus den Staaten so oder so, aber man muss da natürlich schon ein bisschen drauf achten. Fakt ist auch noch, dass die australische Börse eigentlich jetzt da auch noch Abneigung hat. Die haben die Auszahlungen oder die Banküberweisungen auf Binons auch da gesperrt. Und das gab dann auch nochmal einen Abschlag von über 20% beim Bitcoin-Preis. Also da konnte man Bitcoin relativ günstig einkaufen für einen kurzen Moment. Also auch hier wird es unter anderem aktuell ein bisschen schwierig für Binons, ob sie das alles richtig kriegen. Ich glaube nicht, dass die sterben. Das glaube ich überhaupt nicht. Nicht im Thema von FTX. Sondern ich glaube, die werden sich konsolidieren, neu aufstellen. Und ich hoffe mal für uns alle, für die Zukunft, dass diese Börse es schafft, hier mal ein bisschen eine saubere Weste anzuziehen. Denn das ist aktuell für mich immer noch eine Red Flag Börse. Ich empfehle sie überhaupt nicht. Auch wenn sie manchmal sehr interessant klingt, möchte ich euch da eher schützen. Denn FTX hat es ja vorgetan. Man hat es bereits schon wieder vergessen, aber ich möchte kurz darüber sprechen. Das Metropolitan Museum of Art gibt Spenden in Höhe von 550'000 Dollar an FTX zurück respektive an die Gläubiger von FTX. Insgesamt wurde ab März 2020 bis ungefähr November 2022 rund 93 Millionen Dollar Spenden verteilt von FTX. Darunter sind mindestens 80% illegal gewesen, insbesondere in die Politik. Da wurde jetzt bereits schon plus minus 40% Gelder, die da wieder zurückfliessen an die Gläubiger zurück. Wie weit das Ganze geht, ob das Sauber funktioniert, das sei noch dahingestellt. FTX will ein Revival starten oder ein Restart machen. Will eben jetzt oder ab kommend im Jahr Q1, wann die wieder kommen. Meine Meinung nach, wenn ich das machen würde, also ich würde es sowieso nicht tun, aber wenn ich es machen würde, dann würde ich einen neuen Namen wählen. Da der Krypto-Geist halt relativ kurz, Zeitgedächtnis programmiert ist, da würde ich vielleicht irgendwas in die Richtung machen. Aber ich würde mich da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Türkische Lira in Schweizer Franken, ich habe es erst noch vor kurzem gezeigt, da waren wir bei 0,0445. Jetzt sind wir schon wieder runtergefahren. Der Lira hat zum Dollar nochmal ungefähr 1% runtergefahren. In einem Jahr 26,15% Inflation auf die Währung ist schon relativ tough. Wenn man es natürlich anschaut, über die maximale Zeit ist es noch viel, viel mehr. Ja, wie will man sich schützen? Und ich frage mich da, im Übrigen, Brasilien ist da schon dran, Liechtenstein auch, obwohl Liechtenstein mit der Währung kein Problem hat, als Schweizer Franken. Aber viele Länder sind gerade dran, um Bitcoin als mögliche Zahlungsmodalität zu prüfen. Und wenn das natürlich durchkommt, wird das natürlich nochmal einen relativ grossen Schub. Denn Brasilien will sich vom Dollar abschotten. Wenn die Türkei hätte eine gute Chance, um seiner Bevölkerung einen gewissen Wohlstand zurückzugeben, zumindest keine Inflation mehr zu haben, wäre das natürlich für mich ein grosses Fragzeichen an die türkische Community da draussen, die mir zuschauen. Wie seht ihr die Möglichkeit? Wird die Türkei eines Tages Bitcoin als Zahlungsmittel freigeben? Wenn ja, schreibe es schon mal unten in die Kommentare, würde mich natürlich brennend Wunder nehmen. Ja, wer hätte es gedacht, heute startet der Launchpad von Themen Global. Es gibt nur 90.000 Dollar Launchpad, also eher ein kleinerer Bereich. Für diejenigen, die immer auch ein bisschen Probleme hatten mit der KYC, die können jetzt hier bei Crowdshop diesen Pool nutzen. Starten tut er plus minus in einer Stunde. Also wenn ihr dann das Video schaut, müsste er schon offen sein. Haut da auf jeden Fall in die Tasten. Kann auf jeden Fall sehr interessant sein. Für die anderen, die sagen, nee, nee, ich kann die KYC ohne Probleme machen, könnt ihr natürlich über TMNG direkt machen. Ja, wenn man bei Crowdshop gerade bleibt, ich habe gerade heute noch einen Tweet gemacht mit Moneyfox, ein neuer Partner von Crowdswap. Wird auch da wieder sehr, sehr spannend sein, denn Moneyfox ist einer der bekanntesten und beliebtesten DeFi-Sektoren. Also auch hier nochmal, man sieht, Crowdshop macht da im Hintergrund massiv viel, um sich da durch den Bärenmarkt zu schlagen. Und im Bullenmarkt sehe ich da natürlich, wie gesagt, ein riesengroßes Potenzial. Und wie gesagt, heute startet natürlich der TMNG-Token-Presale. Werden wir übrigens nicht auf Twitter folgt, unbedingt tun, da informiere ich immer wieder. Ich gebe auch da ein paar Expertenmeinungen ab. Dürft ihr euch gerne mal da mit mir connecten. Ja, und wenn es um TMNG geht, es lohnt sich auf jeden Fall einzukaufen, denn am 15.06. geht er von 18 Cent auf 21, dann am 15.08. nochmal auf 25 Cent und am September ist dann unser lang erwarteter ICO von TMNGlobal. Also freut euch auf jeden Fall auf diese Zeit. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und jetzt würde ich sagen, liebe Freunde, gehen wir doch gleich mal direkt in die Chart-Analyse hinein. Und heute starten wir ausnahmsweise kurz mit dem Dollar. Denn beim Dollar-Index haben wir ja unser Ausbruch vom Semenschen Reich errechnet. Das hat wunderbar funktioniert. Und ich habe euch noch gesagt, passt auf Leute, entweder kriegen wir hier ein Pullback zurück auf der ehemaligen Widerstandslinie, Supportlinie, oder wir fallen in unser übergeordnetes Target hinein. Und genau das ist auf dem Punkt passiert. Wir sind jetzt hier oben wieder zurück. Ja, und jetzt werden wir diese Woche ein bisschen gut beobachten müssen, denn das wird natürlich sehr, sehr spannend, durch natürlich den Kongress, die Verabschiedung des Gesetzes, dass die Staaten quasi jetzt zwei Jahre lang Schulden machen können, wie sie wollen, da es keine Obergrenze gibt. Man muss sich das mal zu Gemüte führen. Man verarscht wieder mal die komplette Welt. Hat natürlich jetzt der Dollar, das ist dieser Gegeneffekt, wo ich es gesagt habe. Es kam zu gewissen Schockverkäufen, die schon über Monate hin gezogen sind. Dann kam der Preis jetzt wieder nach oben, obwohl durch diese Schuldenobergrenze die Inflation angekurbelt wird und sich eigentlich der Dollar entwertet. Also sehr interessantes Machtspiel aktuell. Da werden wir natürlich weit in die Augen offen halten. Ich warte noch ein bisschen, bis sich das letzte High hier gebildet hat. Dann zeichne ich hier ganz klar für uns neue Targets auf. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Bitcoin Weekly Chart. Ich habe beim Bitcoin Weekly Chart noch unsere altbeliebte FIP mit einbezogen, damit ich die diagonalen Linien auch noch habe. Also wir sind immer noch, wenn wir es auch im Weekly anschauen, hier immer noch eigentlich bärisch unterwegs, nicht bullisch. Da wir immer noch über den Querschnitt oder unterhalb des Querschnitts, das 0,5er Level performen. Aktuell auch hier kämpfen wir massiv mit der R1. Wir schaffen die R1 nicht zu knacken. Also wir sind hier immer noch Tendenz bärisch. Und auch die bärische Tendenz sehen wir natürlich auch in der kurzfristigen MECD, die doch ja nie schon länger den Cross hatte. Aber auch die langfristige MECD, die kommt jetzt noch zu einem Cross. Wir erwarten immer noch einen Fall zurück auf Richtung 18.000 bis maximal 16.000 Dollar. Das wäre das Case, was man hier errechnet. Ein Best Case für die Bullen wäre tatsächlich, wenn wir hier in diesem Bereich hier runterfahren, maximal, ich sage mal maximal hier auf die 21.500 zurückfallen. Das wäre für die Bullen sehr, sehr gut. Und optimaler Schnittpunkt wäre natürlich hier bei ungefähr 22.800, 23.000 Dollar. Das wäre sehr gut für die Bullen, weil wir hier dann richtig nach oben kommen. Aktuell traen wir bei 26.830 Dollar herum. Also wir kämpfen uns da schon relativ stark nach oben. So, das nach dem Weekly Chart, da kurz das Update, der Rest ist ja klar von unserem Plan langfristig gesehen, haben wir mit der Welle 5 unsere 82.000 bis 107.000 Dollar, die wir natürlich fokussieren. Übergeordnet dann vom Ascending Triangle haben wir knapp eine Million. Und das wird dann aber schon relativ weit, weit hinten passieren. Also dann eher so Richtung 20.000, 35.000, 20.000, 38.000, sowas in die Richtung. Aber nichtsdestotrotz haben wir das aus der technischen Analyse. Ich habe euch gesagt, wir werden das Cap schliessen. Vor einer Woche. Und wir haben dieses Cap auch geschlossen hier im BDC1-Index. Also das, was wir hier geöffnet haben. Ich habe euch gesagt, seid mir da nicht zu Bullisch. Wir schliessen das. Wir haben nämlich nur einen kleinen Pick über das 0,5 Level gemacht. Genauso ist es passiert. Das haben wir sowieso abgearbeitet. Das nehmen wir wieder aus. Das können wir uns auch sparen. Aber machen wir nämlich jetzt kurzerhand was Kleines Neues. Denn wir sehen ja, dass wir weiterhin bärisch gestimmt sind. Also nehme ich die neue Sequenz, setze sie an. Zack. Und sehen, dass unser nächstes bärischer Target ungefähr dann auf unsere Linie hier unten kommt. Auf den diagonalen Schnitt. Dann sind wir da auch wieder im Rennen. Und der 4-Stunden-Chart. Da haben wir, wo haben wir denn hier noch ein bisschen viel, viel Zeug drin? Da hat es wieder mal teilweise gewisse Überschneidungen gegeben. Das können wir hier rausnehmen. Brauchen wir hier natürlich auch nicht mehr. Ja, beim 4-Stunden-Chart, liebe Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kryptofamilie. Das wird natürlich ein bisschen spezieller. Ja, auch hier, wir haben das Target Perfekt erreicht, was wir hier bullisch herausgesucht haben. Also wir haben das 0866 hier oben angetestet und sind dann nochmal runter. Die EMA 200-300 sind auf dem Cross jetzt. Wir sehen jetzt, dass die schwarze Linie unterhalb der blauen Linie begonnen hat zu performen. Und das, liebe Freunde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt anhaben. Wir haben einen Bärischen Cross auf der EMA. Wir haben einen Bärischen Cross auf der J-Ribbon, sagen wir so. Wir haben einen Bärischen Cross 200-300er. Wir haben hier 4-Stunden-Chart nochmal zurück. Ich habe euch gesagt, zeig mir da nicht zu Bullisch. Ich habe euch noch eine Video oder Sprachnachricht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder Text auch nicht. Auf jeden Fall habe ich es euch nochmal geschrieben. Vor dem Wochenende habe ich gesagt, Leute, passt mir auf, diese Bärische Cross passiert erst jetzt. Wir haben dieses Bullische Target wieder abgeholt. Das nehmen wir weg. Jetzt ist es wichtig, wir können auch die hier wieder wegnehmen. Das habe ich schon so gemacht. Wir müssen jetzt uns das neu formieren, respektive müssen wir das neu einzeichnen. Diese nehmen wir auch weg, brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen für uns jetzt eine neue Trend-basierte FIP. Die ist sehr, sehr wichtig. Also wir hatten hier eine Sequenz. Das von der Welle 4 nehmen wir mit. Hauen das hier auf. Gehen auf den letzten Eier-High, den wir beim 0866er hatten hier. Und dann sehen wir, dass wir ein neues 05er-Level hier haben. Interessanterweise genau auf diesem Punkt. Damit könnte es, sehr interessant, könnte es zu einem Double Button kommen, Leute. Das bedeutet, bei 26,5 plus minus hätten wir die Chance, ein mögliches W-Pattern zu bilden. Wäre also möglich, können wir gerne in Betracht ziehen. Aber nichtsdestotrotz liegt dann unser erstes Target bei 26.118 bis ungefähr 25.830 Dollar. Und untergeordnet hätten wir, unser Tief hat sich verbessert, im Großen und Ganzen. Da würden wir aktuell bei 24.000 bis 24.000 Dollar liegen. Das hätte sich jetzt aktuell etwas verbessert. Nichtsdestotrotz, Welle 5 ist immer noch tiefer, das müssen wir nicht vergessen. Das behalten wir natürlich weiterhin für uns. Nichtsdestotrotz passen wir auf, wir sind immer noch in einem Falling-Vedge. Also wir konsolidieren uns immer noch nach unten. Wir passen auf, dass der diagonale Schnitt hier plus minus auch bei 25 Ungrad noch halten sollte. Wenn der nicht hält, wie gesagt, brechen wir nach unten aus. Ansonsten sind wir jetzt wieder, auch hier, bei Bitcoin sehr, sehr gut aufgestellt. Ich denke, die Levels sind klar, Verständnis ist auch klar. Übergeordnet bleibt das weitere Target immer noch da, bei 29.000 bis 29.3. Das nehmen wir weiter. Dann haben wir noch Ethereum, auch hier, schauen wir uns noch kurz an. Da haben wir ein bisschen im übergeordneten Sinne gearbeitet. Hier haben die sich auch ein bisschen rumgenudelt, hat kein neues Higher High gebildet. Also wir stecken hier immer noch fest in dem Bereich, da müssen wir ein bisschen näher ran. RSI schön im Mittelfeld, übrigens auch bei Bitcoin. Also ihr seht, der Ausbruch ist noch möglich bei den beiden Kandidaten. Ja, da sehe ich auch eher nochmal eine bärische Tendenz. Wenn man das kurzfristig anschaut, liegen wir hier nochmal, wie gesagt, bei 1850 bis 1836. Das wäre der erste Bereich, der anlaufen könnte. Das passt übrigens perfekt zu der EMA 200 und 300er. Dann hätten wir den unteren Bereich dann bei 1750 bis 1740. Aktuell zeigt Ethereum ein bisschen mehr Stärke, als es Bitcoin macht. Aber, ich will hier nochmal zeigen, ich habe euch gesagt, wenn wir hier in diesen Zeitraum hier einsteigen, und das sind wir jetzt, dann rechne ich mit einem kleinen Abverkauf. Der hat bereits begonnen. Der Abverkauf hat jetzt hier begonnen. Und der Cross ebenfalls auch. Also ihr seht, die Trend passiert jetzt. FIP-Zeit ist nicht schlecht. Die kann solche Moves hier relativ gut einschätzen. Und ihr seht wieder mal, wie sehr schön das funktioniert hat. Nicht nur bei Bitcoin, sondern eben auch bei Ethereum. So, jetzt seid ihr gefragt da draussen, liebe Freunde. Was denkt ihr? Kommt nochmal ein grösserer Abverkauf? Ja oder nein? Oder denkt ihr tatsächlich, das war's? Wirtschaft ist gerettet. Es geht jetzt alles wieder nach oben. Schreibt es unten rein, würde mich Wunder nehmen. Ich bin der Aussage. Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Tschüss selber. Tschüss selber. Tschüss selber. Tschüss. Tschüss selber. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017